Hallo Leute, hier ist es ganz gruselig irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum das hier so wenig sücht ist. Das ist meine Laterne. Das ist meine Laterne. Die nehme ich mit in Urlaub. Jawohl. Gut, ne? Was ist denn das? Da steht was drauf. Ich kann das nicht lesen. Und da ist auch so was komisches. Da steht das gleiche drauf. Aber da steht eine 4. Das kenne ich, weil das ist ja mein Alter bald. Das kenne ich. Ja, ja. Was ist denn das? Ich nehme mir das jetzt mal. Das muss ich doch mal ausprobieren. Was ist denn das? Das ist ja lustig. Das kann man ja... Wo ist es denn jetzt hin? Das ist ja witzig. Schnee wieder. Schnee wieder hinlegen. Das gehört meinem Papa. Der sammelt sowas. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Was ist das denn? Hallo Quacks. Telefon. Externer Anruf. Gehen wir mal ran, wa? Wo geht denn das an? Na? Hallo? Hallo? Wer ist... Wer ist da? Ja, hier ist der Lolli. Hallo Lolli. Wer bist... Ja, mir geht's... Bisher geht's mir gut, bis du angerufen hast. Ich weiß gar nicht... Wer bist denn du überhaupt? Was bin ich? Bist du allein? Nee, versteh dich nicht. Bist du alleine? Ähm... Nö. Nö, die Lucy sitzt neben mir. Der Quacks, der guckt zu. Ich bin nicht alleine. Nö, wieso? Wer ist die Frau neben dir? Welche Frau? Ach, du meinst die Lucy? Neben dir. Hä? Neben dir. Da sind sie hier hinten. Woher weißt du, dass da noch jemand ist? Bitte? Ich beobachte euch. So ein Quatsch. Schöne Zimmer hast du da. Ein kleines Deck mit nem Schrank. Stimmt hab ich ja. Danke. Finde ich auch gut. Hör mal, willst du mich... Willst du mich hier verkakeiern? Magst du Horrorfilme? Nee, wieso? Magst du Horrorfilme? Nee. Ich gucke lieber... Ähm... 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 Zeichentrickfilme. Ich muss scheiße, muss ich gucken. Doch, die sind lustig. Ich kenne andere super Filme für dich mit viel Blut und Gäcken. Ach, weißt du was? Ja. Halt die Klappe. Du bist mir zu... Du bist doof. So, machen wir mal hier. Ja. So. Der ist jetzt weg. Was soll denn das? Hier einfach anzurufen. Es spinnt wohl. Hat noch nicht mal seinen Namen gesagt, der Vollpfosten. Aber die Taschenlampe. Die nehm ich mit. Die ist lustig. So. Die gehört jetzt mir. Egal, was da draufsteht. Tja. Und ich glaube... Mir reicht's für heute. Finde ich irgendwie... Ich weiß auch nicht. Dieses komische Ding da hinten. Äh... Es gibt schöneres. Ich glaube, ich geh ins Bett. Ja. Irgendwie... Ich weiß auch nicht. Mir ist jetzt langweilig. Was mach ich denn jetzt, Mensch? Äh... Mama nicht da. Papa nicht da. Ja. Lucy. Sollen wir noch ein bisschen Memory spielen? Lucy nickt mir im Kopf. Also, ich geh dann mal. Tschüssikowski. Diese kleinen Rotzlöffel. Den werd ich mir noch holen. Diesen kleinen, frechen Kerl. Hol ich mir aber mit Quackenstück.